Mein Name ist Hercule Poirot und ich bin der wohl größte Detektiv auf der Welt. Man weiß es, wenn man einzigartig ist. Ich hatte schon befürchtet, wir verpassen den Zug, das würde alles ruinieren. Nicht, dass ich herumspioniere, aber ich sehe da ihr Zugticket aus ihrer Brusttasche blitzen. Und der Herr Graf kommen auch noch? Hellaß, er kann mich nicht begleiten, aber da ich meine Mutter besuche, trifft sich das gut. Er mag sie nicht. Greta, pusten Sie mir nicht so in den Nacken, das ist extrem ekelhaft und stellen Sie diese Kofferl ab. Sie machen mich wahnsinnig. Nee, nee, Prinzessin, keine Sorge, sehen schwerer aus, als Sie sind. Verdammt! Ich weiß, Sir, es ist schrecklich. Schauen Sie nur, der Tod wartet auf dich. Nicht so laut, Mann. Sie sollten die Polizei verständigen. Das geht Ihnen nichts an. Aber Sie sind in Gefahr. Das ist schon der Dritte, allein diese Woche. So ist Poirot, Herr Mühl-Poirot, ein Meister, der den Tee kommt mir vor. Vertrauen Sie die Souk, denn der Lokführer ist Le Bon Dieu. Und vertrauen Sie Hercule Poirot, denn die Lösung von einem jede Geheimnis liegt in die kleinen grauen Zellen. Und jetzt genießen Sie den ganzen Stolz der Vagonie für die denkwürdigste Reise Ihres Lebens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017